Hallo aus Grevenbroich, neben mir steht Roger Beckmann von MTA Deutschland. Ihr seid ja im Planerbereich eher bekannt dafür, dass ihr Hersteller seid, aber ich habe heute gelernt, ihr seid viel mehr. Was macht ihr denn so? Ja, zum einen vertreiben wir Kaltwassersätze für die Industrie, kann man für Klimaanlagen, für Prozesskühlung benutzen, aber wir planen auch gesamte Systeme. Das heißt, wir haben eine eigene Engineering-Abteilung und wenn dann Endkunden mit einer Produktion oder eben mit einer Klimatisierung für Produktionsbereiche auf uns zukommen, dann planen wir das gesamte System, inklusive Rückkühler, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Pumpenstationen. Das ist halt noch nicht im Markt so bekannt und da müssen wir natürlich dran arbeiten. Entschuldigung, wie unterscheidet ihr euch jetzt zu anderen Fachplanern? Es gibt ja viele Planer, die das planen könnten, aber was ist jetzt der Vorteil, wenn ich dann zu euch komme? Der Vorteil ist, dass wir halt auch die Anlagen selbst herstellen, beziehungsweise unser Mutterwerk in Italien und wir können natürlich Sonderwünsche dort äußern und haben damit die Möglichkeit, spezielle Anlagen genau so auf den Kundenwunsch auszulegen. Okay, dann vielen Dank und wenn Sie mehr wissen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal auf die Webseite von MTA Deutschland GmbH. IchBeide von MTA nur noch die Gegenadel Untertitelung des ZDF, 2020